Gimrin Shiro Tsuri Omosako, 55 cm Sansai Weibli, auch der wunderhübsch, ein tolles Gimrin, Sumi ist noch nicht fertig, der war letztes Jahr noch Schneeweiß, der Fisch, hat einen Motoguro an beiden geflossen, also ganz toller Shiro, über 70 wäre der allemal, also hat er ein gutes Wachstum, toller Fisch, wer hier Interesse hat, kann sich gern merken, können aber hier natürlich heldern, so lange wie abgesprochen, bis Mai 2020 ist es frei, bei Anfragen brauche ich immer die Artikelnummer vom Fisch, die steht auf der Internetseite beim jeweiligen Fisch dabei.